Hey Andi, hast du mal kurz Zeit? Ja, gerne. Ja, gerne. Ja, gerne. Sowohl auch als ... ... ja. ... nicht unseren ... Kommunikacion. Bei uns kannst du deinen Tag ... ... ... aber sie hat auch nicht stark gesagt, ne? Bei uns kannst du deinen Tag entspannt ausklingen lassen und hast jederzeit die Möglichkeit ... Siehst du, ich war nicht der Fehler. Der Zwerg war der Fehler. Achso, ja, schon angefangen. Oh, Junge. Da schaut einer. Andi! Mann! Nee, du musst weiter ... Viel weiter hoch. Ein bisschen weiter runter. Andersrum. Ja, genau. Zu dir oder zur Seite? Zu welcher Seite? Deiner Linken oder meiner Linken? Deiner Rechten. Dankeschön. ... ... ... Ja, das ist gut. Auf Wiedersehen. ... 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